Hallo ihr Löllchen und Willkommen zurück auf dem Kanal von PanicoZenturio. Ich bin's mal wieder euer Gäse und wir sind heute in einem Art Retro Let's Play. Aber ich bin nicht alleine, denn ich bin wieder im TS. Hallo, ich bin noch da. Der Centurio. Der Kackler. Ist auch der Corny genannt. Und ja, nach 8 Stunden Stream fange ich jetzt nochmal an Let's Play zu machen. Warum? Weil ich Langeweile hab? Nein, ich wollte das die ganze Zeit machen, weil ich selbst dran so viel Spaß hab. Nein, weil ich momentan Elder Scrolls Online spiele und ich hab Kevin vorgeschlagen, wie wärs, ich könnte ja die ganze Elder Scrolls Reihe durchspielen. Und er hat nur gemerkt, wenn ich Langeweile hab, ja. Und ja, hab ich Langeweile, Kevin? Nie. Nie, gut. Ich muss dazu sagen, ich habe erst mit Morrowind angefangen. Ich hab also nie dort Teile gespielt. Wie gesagt, ich kenn nur Morrowind. Morrowind, Oblivion, Skyrim, Elder Scrolls Online. Arena und Daggerfall kenn ich nicht. Und dann gibt's ja noch ein paar andere. Und deshalb erkunde ich jetzt persönlich zum ersten Mal Arena. Ja. Und ja, das wird wie gesagt ein Retro-Let's Play, weil... Das Ganze läuft gerade bei DOS-Box. Und ich scratche das jetzt schon auf 720p. Also, nicht wundern, wenn... Das dann so... Ja. Uriel, Sepp, Team, der vierte... Äh, was? Eigentlich ist das hier so schnell. Lest euch selbst durch. Lest euch ein bisschen singen. Immer so wie ich in meinem Stream. Nächster. 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 Wir denken jetzt nur ab, boah, das soll ein ernstes Let's Play werden! Und ja. Ach, ist irgendein Let's Play von uns ernst, ja. Wir sind ganz ernst. Durchgehend. So, how do you wish to select your class? Generate or Select? Wir drücken mal Select. Was sind wir denn? Choose the class. Na klar. Acrobat, Archer, Assassiner, Barbarian, Bard, oder Battlemage? Kevin? Mama? Battlemage, Junge. Battlemage, okay. Battlemage. What will be the name? Battlemage, what? So. Uh, wie nennt man die denn? Ay... Oh, Ayato... Der... Olin. Choose your gender. Male. The Battlemage. Und wo kommen wir denn, Kevin? Summer... 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 Isle... Island? Highrock, Hammerfall, Valenwood, Elsweyr, Blackmarsch, Morrowind, Imperial Provinz, oder Skyrim. Schwarz, Junge. Was? Blackyard, wie das heißt. Blackmarsch. Do you choose Blackmarsch? Land of the Argonians. Oh, Argonias immer? Okay. Argonias sind ja relativ komisch. Also jedenfalls ein älter Scrolls Online. Das hat aber andere Sache zu tun. Äh... Know it is also. Thy race is born of the swarms. Do you stay themself from the open fields, all their hunters of different swords? Who stay the prey in the still black waters? Ah, ja. They both in mind just be quick and intelligent of your art and succeed as a battle mage. Go yes now in peace. Let their fate be ridden in Elder Scrolls. Ja, on the wall. Oh, mir sieht schon... Mir sieht schon episch aus. This fruit, thy points needed. Keeping in mind the recommends for the... King Floyd. Is that int... It soll int-intelligenz bedeuten? I never want breaks the dust. Another breaks the dust. Another breaks the dust. Another breaks the dust. No, I hear another break in the wall. Agility, vitality, luck. Can we go to the damage zone? It doesn't bring me anything. Ah, spell points. It should bring me as battle mage. Save stats. They will now choose their appearance. The mind can't be after by clicking the face. When you have finished... Ah. We can change our hair. What do we take? Oh, yes. The crown. The crown is good. Done. Do not fear for... It is I. Rhea Silman. Ayato, listen to me. There are no others left to carry on this fight. You have been left in the cell to die. Jagathorn, Imperial Battle... Was? Imperial Battle? Ah, I already jumped! As first mistake, look to the north wall of the cell. You will find a rabbi key, which will unlock the door. Take it and make you escape. The passage here where I'm once used by Tharn. To hide treasures he found stolen from the Emperor's covers. If you wish, you can gather enough to support yourself away from the Imperial Seed. Be careful. There are many creatures, which inhabit the sewer now. While raids and goblins... It is too late for me, for I am already dead. Only my powers are a sorcerer. Keep my between life and the next. That power... Ah. However is burning. Do not scamp to greed, or you may find this tunnel to be your final resting place. I can still work my magic to a certain extent. If you travel west from the south, you will find a shift gate. It will transport you far enough from the center of the Empire that you should be safe. If you survive the sewer, you will see me again. Remember, Ayato. Thorn has taken one of the guise of the Empire. No one will gain his word for yours. It will come to you again in your dreams. So it is imperative that you rest from time to time. In that way, I will be able to communicate with you and lend my out. You are entering a dangerous arena. My friend, one in which the players are being. Beyond your mortal accompan... Was? Comprehension. I do not envy your role. There is however a power within. Unstopped. Look for me when you have gained experience in... Yeah. Yeah. The world. You are my last, the best hope. The game has generally a cool English. Because this is a... This is also a game. They write Cors with C-U-Z. Good to know. You awaken to the trap of water from somewhere above. The cell walls avoid on slime as chains which hang from above. Your eye however mainly goes to strange rubbish signs from the corner. So. Was haben wir hier? Kann ich das... Kann ich damit interagieren eigentlich? Die für mich. Und jetzt ist das weg. Kann ich das weg können? Und dann ist es der Key mit dem wir hier die Tür öffnen müssen. Kann ich das wegnehmen? Hast du schon mal angefangen, Kevin? Oder hast du ja was hier? Nö, ich hörte gar nicht zu. Keine Musik! Muschia nicht, aber ich hätte schon wissen, was ich angefangen habe. Viertelstunden, glaube ich. Maximal halbe. Nicht mal. Ja, ich tue hier behauptlich das Ganze immer abdecken. Back of Seven, also 76 Gold. Ohne Plate Graves, okay. I walked a lonely road, the only one that I have ever known. But it's home to me and I walk alone. Weiss nicht, ob das kent's Käse. I walked this empty street on the boulevard of broken dreams. Where the city sleeps and I am the only one and I walked alone. Nein. Hab kein Mana! Du hast kein Mana, ich bin ein Poet. Ich hab nicht enough Spell Points, um denen sie killen. Ich werde davon speichern. Es sterb ich. Ah. 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 Ja, also, äh, ja, gestorben innerhalb von ein paar Sekunden. Weil ich's verkackt hab. Schon im Boot? Ja, weil ich's verkackt hab. Ich hab's verkackt. Und dadurch ist das Spiel wieder von vorne. GG. Ah, scheiße. Verkackt. Let's do the save point, Junge. Ja. Ja, ich hätte ja gerne einen Save Point gehabt. Das hab ich verkackt. Ja. Also, schonmal haben wir Fail gestartet. Erstmal wieder Select. Battlemage. Aber daran sehen wir alle, es ist live. Ah, ja. Es ist nicht hier live, aber... Der... All in. Male. Also, ich hätte mich an die Wand genannt. Äh, in Dings, in... Normalerweise waren die Argonia, also in Elder Scrolls Online, heiße die Argonia alle gar mit ganz komischen Namen. Zum Beispiel wedelt mit Schwanz, oder isst für Ruben, und solche Sachen. Ja. Also... Entscheuert. Ach, ist doch schwul! Okay. Schnell mal wieder unseren Charakter, dann... Ja. Das können wir jetzt überspringen. Eine riesen Kapelle ins Stellen, jetzt kann ich aber keine Stützen bauen. Weil da unten ein Baum steht. So. Diesmal verkacken wir uns bitte nicht. Okay, so du verkackst es, du kannst nix. Ich glaube, ich baue ein Friedhof hier an. Gute sind cool, oder? Gute sind immer cool! Spanner, Saka, so war ja... Was hätte mich angehauen... Bah, der Firelight of Doom! du siehst ein gobbler du musst mir morgen worldedit erklären kann ich kann ich Flo ist gerade nicht da der mir hier ich bin einfach zu faul zu lesen what the fuck red hot chili peppers ich bin jetzt schon wieder gestorben alter ach fick dich woran gehst du du sollen schnell sterben ich wollte nie mehr battlemage alter ja hättest du mal auf mich gehört ja fick dich hab dir extra gesagt nimm keinen battlemage das ist so frustrierend grad ich nehme jetzt einfach den barbarian der wird wohl der einfachste sind und den nenne ich dann kacklappen Hashtag Hashtag gibt's nicht Scheiße nimm die Raute-Taste was ist denn auf der 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 auf auf der auf auf der zeich boo Suppe So, dann skillen wir erst mal Vitality. Hey, ich bin schon aus Niesanthaus, Niesanthaus. Das ist doch Vitality, oder? Bin doch. Ah, Bill, aber Bill, nicht doch Vitality sind, aber die HP gehen nicht drauf. Ah, Bill? Echt, Ability Tower. Intelligenz, was bringt die? Nix. Okay, der ändert natürlich auch nix. Here comes the rain again. Ja, da ist es unser... Der spricht mich direkt an. Er spricht dich an. Indem ich Aggressione kriege, ey. Wenn ich jetzt nicht direkt sterbe, gehe, dann kriege ich Aggressione. Boah, und bist du denn gestorben, wenn ich fragend? Bin ich eigentlich blöd? Habe ich irgendwelche Config-Sachen, wo ich blöd bin? Hey, da war ein Battle-Mage auf einmal aufgetaucht. Der hat mich direkt in die Fresse gedreht. Habe ich einfach so kaputt gemacht. Ja, der hat mir einfach in die Fresse gedreht, ey. Aber jetzt habe ich ja den Kack-Klappen. Das kann ja nur gut gehen. Ich habe einen Short-Bow und einen Mitreelang-Geschäft-Klappen. Wo kann ich denn jetzt Items... Jetzt mal Realize-Gestalt-Sector. Was ist ein Charakter, irgendwie? Charakter irgendwie, auf Deutsch. Was ist denn die Charakterwahl? Äh. Ich meine die Richtung. Hey, was kriegst du denn? Bin ich denn jetzt ganz blöd? Schon wieder auf die Fresse. Ey, jetzt bin ich aber ganz blöd. Mit tatsächlichen Fighten? Hä? Was ist denn Fight-Taste? Wenn ich wüsste, auf was man fightet, dann wäre ja echt episch. Aber... Ich weiß gar nicht, auf was man fightet. Hätt ich mal dazu vielleicht, äh, ein Tosharia anschauen sollen? Warte mal. Äh. Kannst du ja ein anderes Let's Play reinziehen? Ja, ich zieh mal mal da... Ich zieh mal grad schnell ein anderes Let's Play rein. Wartet mal kurz. Oh, fuck yeah. Was ist schon mit der Nett? Was ist auch nicht? Was ist passiert? Oh, das ist passiert. Ich kann hier überhaupt so ein Hauschen hinsetzen. Muss. Ne, okay, sowas nicht passt, wird fast gemacht. Alle Leute, die dieses Let's Play bis zu dieser momentanen Minute gucken, kriegen von mir einen... Äh, wir verschenken uns. Manico Centurio verschenkt uns. Äh, ich bin blöd es hell, ey. Ach, da, okay. Nein, nicht Generate. Okay, dann machen wir mal nach. Es scheint ja nicht so sehr erfolgreich zu sein, da von momentanens Let's Play. Also ich verkack schon hardcore. Also, ich komm schon gut auf die Fresse. Du machst das schon richtig gut. Ich bin effektiv scheiße drin. Also du hast so viele Folgen raus in so kurzer Zeit. Ich weiß, es ist schön füllend, einmal die gleiche Sache immer wieder zu machen. Es ist effektiv. Alle Leute, die dieses Let's Play gucken, schaut doch nochmal 10 Minuten vorbei. Dann bin ich vielleicht weiter. Und ich bin jetzt diesmal ein Dark-Elf. Einfach aus dem Grund, ich spiele jetzt alles durch, bis ich irgendwann mal weiter käme. Du bist schon wieder verreckt mit deinem Krieg. Ah, klar bin ich schon wieder verreckt. Ich weiß nicht, wie ich... Ich wüsste nicht. Also es soll jetzt nicht böse klingen, so, aber du bist irgendwie nicht drauf. Nee, ich hab's da nicht drauf. Das stimmt, ich hab's nicht drauf. Hast du zwar schon vorher gesagt, dass du scheiße sein wirst, aber so scheiße. Ey, ich hab vorab gesagt, ich hab das Spiel noch nie gespielt und werde voll auf die Fresse kriegen. Ich hätte mit Mauro Wind anfangen sollen, statt denen. Ich hab zumindest schon mal... Schon mal, äh... Oh, ich konnte Waffe equippen. How to save a life. Ich hab mir Waffe equippt. Vielleicht bin ich diesmal ja besser. Leute, ich glaube, es wird diesmal was. Ich hab zumindest diesmal ein... ...und ein Decker ausgerüstet. Kann ich da mal bitte looten? Hm? Hm? Bin ich denn Blöd?! Mit was sollt man nicht hacken?! Aaaaah! Ach du Scheiße! Wer hat denn das damals überlegt, dieses Kampfsystem? Oh man. Nein, war niemand. Nein, das ist, sagen wir mal so, für damals echt episch. Und zwar musst du die rechte Maustaste halten, und dann in die Richtung, wo du die Maus bewegst, so schlägt der. Du musst permanent die Maus bewegen, Robert. Ja! Du bist doch schwul, Junge. Nicht schwul. Nein, das ist... Also ich finde das episch. Also jetzt, wo ich es rauskrittern, ist es episch. Ich habe einen Staff gefunden. Also Leute, ich nehme wieder alles zurück, das Spiel ist doch relativ cool. Vielleicht sollte ich echt mal jetzt ein Camp machen. Die Ratte killt mich, weil ich nicht weiß, wie man runterschauen kann. Nutz mal die Maus. WIR TOT! Hast du vielleicht mein Quicksafe wieder? Safen?! Ja dat wäre! Vielleicht mal so eine E von mir. Mein Surfer hat auch gerade... Seht. Ach, das ist doch scheiße! Oh, scheiße, ey. Ich bin so unfähig für dieses Spiel. Ich bin so unfähig. Aber ich glaube, diesmal könnte es was mit Barbarin gehen. Ich mache diesmal auch extra eine Female-Barbarin. Und zwar kommt die aus... aus dem Imperial... Ach, kann man gar nicht im Imperial. Kein kaiserlicher Nebenschad. Dann nehmen wir trotzdem die Nord. Ich höre jetzt Dissonist vom Kug. Ey. Also lass mal. Sooo, noch ein Versuch. Danach beende ich die Folge, wenn der verkackt ist. Oh, das sieht scheiße aus. Hier sieht scheiße aus. Ja, genau so wie ich gerade scheiße bin, ey. Sooo, mal schauen. Nächste Page. Erstmal das Barbarnschwert einziehen. Okay, so. Ja. Max-Man ist das beste Spiel der Welt. Seh ich genau so. Oder auch doch nicht. Weißeltes Steinziegel? Was ist das denn? Das sieht aber eher aus wie ein Eisenblatt. Los. Ja, der ist rausgehonert. Das Video ist wahrscheinlich das Let's Play von Minecraft schon zu Hause. Ich wollte das eigentlich die Nacht runterladen. Runterladen? Äh, hochladen. Ich will's die Nacht rendern, falls ich's nicht vergesse. Na, man lädt schon das hoch. Morgen früh. So. Denk dran aber, ich muss es wie mit type. Woher hoch. Ich glaube, da spiele ich dann Minecraft. Das ist doch kein Problem. Wenn's Wasser gefallen. Komm ich hier wieder raus? Wie soll ich denn da wieder rauskommen aus dem Wasser? Ja, der ist noch so ein Tief. Schwimm einfach mal weiter. Wir können ja annehmen, da du schwimmen kannst, wenn du nicht untertauchst und nicht stirbst. Was vielleicht gewollt ist, dass man schwimmen kann. Ja, man sollte ja auch bestimmte hier irgendwie wieder rauskommen. Aber ich schaff's einfach nur hier raus. Und die Jumps sind so delayed. Die sich dann draus jumpen können. Ah. Nein, ich bin tot! Bin ich eigentlich so scheiße? Bin ich so scheiße? Bin ich eigentlich echt so scheiße? Bin ich eigentlich echt so scheiße? Obwohl es euch gefallen hat, würde ich natürlich über eure Kommentare vielleicht auch Hilfe freuen. Weil, ja, ich sehe kommen, dass das da etwas öfters noch im Sterben endet. Und ich werde es so lange machen, bis ich's durch hab. Egal, wie oft ich sterbe, ich werde es irgendwann durchgespielt haben. Und dann kommen wir zum zweiten Teil, in dem ich 8 Übels auf die Fresse kriege. Ein Daggerfall. Und erst ab Morrowind wird's effektiv gut. Also, naja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!